Ich müsste nun Strafzinsen zahlen, alternativ könnte ich einen defensiven Mischfonds erwerben. Mit dieser Frage kam ein Kunde jüngst auf mich zu. Er sagte, der Fonds hätte dieses Jahr gut abgeschnitten, das plus rund 8%. Der Berater sagte, so gut würde es in den folgenden Jahren nicht sein können. Der Kunde sagte daraufhin, naja gut, wenn es nicht 8 werden, dann werden es eben 4, besser als 0,5% Strafzinsen. Wir schauen zunächst auf den Chart, also auch das, was der Kunde so im Kopf hat. Sie sehen hier konkret die Wertentwicklung dieses defensiven Mischfonds. Wir sehen das Plus von roundabout 8%, die Entwicklung relativ ruhig, also das, was sich ein Anleger typischerweise vorstellen würde. Im nächsten Schritt haben wir uns mal angeschaut, wie sich der Fonds längerfristig entwickelt hat. Konkret 5 Jahre, weil das doch ein typischer Anlagehorizont ist, der von privaten Anlegern verfolgt wird. Auch hier hatten wir ja einige Probleme an den Kapitalmärkten. Brexit, Trump und Co., also vielfältige Themen waren da. Und wenn Sie den Chart nun anschauen, dann stellen Sie fest, dass die Entwicklung sich nun anders darstellt. Wir sehen jetzt immer noch eine Wertentwicklung von 8,04%. Das ist allerdings nicht das Ergebnis eines Kalenderjahres, sondern für fünfjährigen Anlagenhorizont. Das heißt, was wir hier sehr konkret sehen, dass der Fonds einen sehr, sehr schönen Verlauf hatte. Das hat alles gut funktioniert bis zum Jahr 2018. Danach hat der Fonds seine kompletten Ergebnisse abgegeben. Sie sehen es hier, von Plus 8 quasi auf die Nulllinie zurückgefallen. Und das hat er jetzt wieder entsprechend korrigiert. Es ist nun wichtig, sich an dieser Stelle natürlich die Fragen zu stellen. Wie hat der Fonds insgesamt abgeschnitten? Man muss Ergebnisse risikogewichtet betrachten. Auch das habe ich Ihnen hier mal mitgebracht. Und Sie können hier eine Übersicht sehen, verschiedene Kennzahlen. Hier haben wir erstmal definiert, was eigentlich ein sinnvoller Vergleichsmaßstab für diesen Fonds ist. Konkret, da es ein defensives Mandat ist, haben wir 30% Aktienmarkt genommen, ohne Währungsabsicherung, weil bei Aktien ist es einfach nicht sinnvoll, die Wertschwankungen aus der Währung abzusichern. Für den Anleihemarkt haben wir ein globales Anleihemandat hinterlegt. Hier sind die Schwankungen aus der Währung als Einflussfaktor zu groß. Deswegen sind diese Währungsschwankungen hier abgesichert. Das kostet natürlich jedes Jahr einiges an Performance, je nachdem, in welche Richtung die Währung sich entwickelt. Die Absicherungskosten waren aber in den letzten Jahren relativ hoch, weil diese typischerweise aus der Zinsdifferenz Euro-Dollar entsprechend resultieren. Also wenn wir uns die Entwicklung anschauen, dann sehen Sie hier in blau dargestellt die Entwicklung der Benchmark. Die ist quasi statisch, weil wir schauen uns hier nur die relative Entwicklung der Strategien. Sie sehen, in den ersten Jahren war die Strategie relativ vernünftig und parallel auch zu diesem Vergleichsmaßstab. Und dann insbesondere ab dem Jahr 2017 ging das entsprechend nach unten. Im rechten Chart sehen Sie nochmal den Vergleich eben, die Strategie eben wiederum in grün dargestellt. Blau unser 30-70 Vergleichsmaßstab, was für dieses Mandat durchaus passend ist, weil das entsprechende Risiko Rendite gewichtet ein fairer Vergleich ist. Und hier dann nochmal verschiedene Kennzahlen, ohne diese jetzt im Detail anzuschauen. Dann sehen Sie hier jeweils in links dargestellt die Werte der Strategie und Sie sehen rechts die Benchmark. Und Sie sehen, der maximale Verlust der Strategie war höher als dieses Vergleichsmaßstab, was an diesem konkreten Fall wohl darin liegt, dass wir einige Absolute-Hiturn-Strategien drin haben, die sich nicht so gut entwickelt haben, wie eben die Anleihen, die im Risk-Off-Szenario sich deutlich besser entwickelt haben. Vielleicht auch noch etwas prozügliches Agieren des Fondsmanagements, was Sie häufig haben, wenn Sie eben Risikomanagement betreiben. Die meisten Formen des Risikomanagements sind eben prozüglich. Und wir sehen noch andere Kennzahlen, wie beispielsweise der Anteil der profitablen Perioden. Auch hier sehen Sie, der Vergleichsmaßstab mit 60% war da besser als im Endeffekt der Fonds. Und wir sehen vor allem auch die Bewegung nach unten entsprechend, die hat der Fonds etwas stärker mitgenommen als eben unser Vergleichsmaßstab. Also das ist etwas, wie man das quantitativ dann auch betrachten kann. Und meines Erachtens, wenn Sie Fonds im Depot drin haben, beziehungsweise wenn Sie neue Fonds angeboten bekommen, insbesondere vor dem Hintergrund der Problematik um die Nullzinsen und die Negativzinsen, werden wir mit Sicherheit noch einen Hype um defensive Mischfonds bekommen. Warum? Jeder weiß, dass Sie mit reinen Rentenfonds sehr einseitig aufgestellt sind. Defensive Mischfonds sind dementsprechend das, was im Vertrieb stark im Fokus steht, weil Sie haben eben auch noch Aktien und Absolute Returnkomponenten, die Chancen bieten. Und ich habe Ihnen hier mal beispielhafte Fragen mitgebracht, die man sich beantworten können sollte oder die man auch dem Berater stellen sollte, bevor Sie eben diese Strategie erwerben. Also elementare Fragen, das sollten Sie erstmal für sich klären. Welche Vermögensklassen, also Aktien, Anleihen, Gold, Rohstoffe und Immobilien, möchte ich überhaupt in welcher Gewichtung erwerben? Typischerweise defensiv 30 Aktien, 70 Anleihen oder Äquivalente dazu. Offensiv dementsprechend eher 70% Aktien aufwärts, dementsprechend ein geringerer Anleiheanteil. Dann die Frage, wie sind eigentlich die Ertragsaussichten für diese Vermögensklassen? Also in welche Bonitäten wird investiert, was Anleihen angeht, in welche Aktien und Segmente wird investiert, was Branchen, Regionen und Ähnliches betrifft. Also auch das muss man sich anschauen. Diese Informationen können Sie typischerweise dem Factsheet entnehmen. Dann, wie sind die einmaligen Kosten, Ausgabeaufschläge und Ähnliches? Wie sind die laufenden Kosten? Habe ich erfolgsabhängige Vergütungen? Und das natürlich auch immer zu werten in Relation zur Vermögensklassengewichtung, die Sie wählen. Klar, je defensiver die Struktur, desto stärker machen sich die Kosten dann noch bemerkbar. Und vor allem auch, verstehen Sie wirklich die Funktionsweise der Strategie, Funktionsweise natürlich mit einem großen F hier zu schreiben. Aber insbesondere können Sie sich erklären, wie waren die historischen Entwicklungen? Was kam eigentlich aus dem Vergleichsmaßstab? Was ist aktives Management? Verstehe ich diese sogenannten Absolute Return Strategien, die hier umgesetzt werden? Zumindest in Grundzügen. Also bin ich in der Lage, dieses Vorprofil nach vorne gerichtet so einzubauen, dass ich es im Kontext meiner Portfolio strukturier berücksichtigen kann. Dann, wie sind die aktuellen Kennzahlen? Beispielsweise bei der Anleihenseite, Restlaufzeit, also Zinsänderungsrisiko, Zinsänderungsrisiko, aber natürlich auch die Bonitäten der Anleihen. Laufende Rendite sind ein wichtiges Thema natürlich. Dann hat der Fonds ein absolutes oder ein relatives Renditeziel. Also absolut, denkt der in seinem Sinne von Kapitalerhalt. Oder relativ, versucht ihr nur besser zu ändern als eine Benchmark, ein Vergleichsmaßstab. Woran messen Sie selbst den zukünftigen Erfolg? Im Vergleich zu diesem gewählten Vergleichsmaßstab, 30,70 für das defensive Mandat, im Vergleich zu etwas, was Sie selbst tun, im Vergleich zu einer Vermögensverwaltung. Also auch das gilt es sauber zu definieren. Weil nur wenn Sie wissen, woran Sie den Erfolg messen, dann haben Sie natürlich in der Zukunft auch überhaupt die Möglichkeit, das plausibel zu tun. Und vor allem, das geht in der ganzen Diskussion heutzutage zwischen aktivem Management, passivem Management, was ist besser, was ist schlechter, oft verloren. Bei welcher Strategie und welcher Zusammensetzung glaube ich, eine höhere Wahrscheinlichkeit zu haben, die Strategie auch durchzuhalten? Brauche ich vielleicht die monatlichen Berichte eines Managements, um mich bei der Stange zu halten? Glaube ich, dass ich das mit ETFs entsprechend gestalten kann? Also diese Punkte sollte man entsprechend eben allemal für sich definieren. In diesem Sinne darf ich Ihnen viel Erfolg bei der Auswahl Ihrer Kapitalanlagen wünschen. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.